Musik Es ist schwer in Worte zu fassen, aber für mich ist Bonsai mehr Kunst als bloße Gärtnerei. Musik Mein Name ist Thomas Geppert. Ich betreibe Nietzsche Bonsai und handle mit Bonsai-Bäumen. Ich mache Bonsai seit etwa 30 Jahren. 2013 habe ich mein Reiseberuf verkauft und habe dann das Hobby zum Beruf gemacht. Musik Ich liebe es zu jeder Jahreszeit an meinen Bäumen zu arbeiten und zu sehen, wie sie sich weiterentwickeln. Am meisten an Bonsai gefällt mir die Möglichkeit, eine lebende Pflanze so zu gestalten, dass sie aussieht wie ein großer alter Baumveteran in der Natur. Musik In meinem Garten findet man eine große Auswahl an Bonsai in allen möglichen Stadien. Vom Rohling bis zum ausgereiften Solitär, vom japanischen Importbaum bis hin zu selbstgestalteten Bäumen aus heimischem Material. Musik Das Besondere an meinem Bonsai ist, dass es nur solche Bäume sind, die ich selber gerne für mich in meiner Privatsammlung hätte. Und ich kein Interesse habe, gesichtslose Massenware zu verkaufen. Ich mag eher Bäume, die sich ein bisschen abseits vom Mainstream bewegen, vielleicht nicht unbedingt in allem dem japanischen Standard entsprechen, sondern Charakter haben durch besonders knorrigen Stamm oder irgendwelche abgestorbenen Teile. Bäume mit Charakter eben. Musik E.G. Bonsai ist ein kleinerer Bonsai-Garten mit momentan ca. 200 vorhandenen Bonsai in der Nähe von Straßburg in der Stadt Offenburg im Badischen. Wir verschicken unsere Bäume europaweit, per Spedition ist gar kein Problem. Kunden kommen aber auch durch die verkehrsgünstige Lage persönlich vorbei und suchen sich den Baum selber aus. Wir können jederzeit einen Termin ausmachen. Es gibt keine festen Öffnungszeiten. Erreichbar sind wir per E-Mail oder per Handy. Ich freue mich auf Ihren Besuch. Musik 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 Musik